Einen wunderschönen guten Morgen liebe Stadt Aachen und liebes Frankberger Viertel. Ich befinde mich vor der ehemals Brasserie X, mittlerweile MOSS Megastore. Man kann draußen wunderbar seinen Kaffee genießen. Die Eröffnung ist heute angelaufen und es gibt diverse Snacks, Brot und Brötchen. Ihr kennt das Sortiment sicherlich aus anderen Filialen. Kaffee aus dem Vollautomaten sieht dennoch ganz gut aus. Man hat ca. einen Monat hieran gewerkelt und hat das ganz geschickt angestellt. Man konnte zwischendurch auch durch diese großen Fensterscheiben, die man im Hintergrund sieht, auch durchgucken. Fantastisch gelöst. Genauso fantastisch übrigens wie heute Morgen die Eröffnungseinladung für die Nachbarn. Um 5.15 Uhr klingelte der Alarm. Es war sehr spannend. Man stand hier geschlossen und interessiert an den Fenstern. Ich möchte mich daher bei MOSS für diese freundliche Erinnerung bedanken. Den Reminder, dass ihr heute eure Eröffnung habt bei diesem strahlend, mega geilen sonnigen Wetter sage ich euch jetzt schon allen guten Mittag, Kaiserstadt.